also 15 minuten herzlich willkommen zurück zu let's play dieses spiel was mich gerade gefickt hat ich habe gerade dreimal versucht diese königin zu töten sie ist fast tot ich habe keine heiltränke mehr das hat mich übrigens gerade gestorben das habe ich nicht mitgekriegt und das habt ihr im speed vorlauf gesehen weil ich finde sowas muss man nicht die ganze zeit nicht recht schnell ist einfach hier hinter als normal ist also es ist jetzt ein neues mobile-bundle raus bitt schon wieder tot es läuft nicht sobald hier alter dieses vieh guckt mich nur an und ich bin tot weil mich stinkt wenn ich du wär scheißklasse gewählt ich hätte auch so ein damage wieder nehmen müssen wie du weil du verträgst auch ziemlich viel ich hab kein damage hier genommen alter du machst zwei waffen kampf mit schwertern sehr schnell sind und sehr stark sie sind okay vom schaden her und sie sind schnell nicht sehr schnell meine heißen war schon aus damage dealer und tank ich habe eine mischung aus heiler und was habe ich denn bitte tank mäßiges an mir stärke stärke wow stärke ist nicht tank mäßig du hast auf jeden Fall schon mal bessere rüstung mäßig und auch mehr als ich was habe ich tank mäßiges gar nichts wir haben beide wir sind beide keine tanks aber du bist eher ein tanker als ich du bist ein supporter und ein damage dealer ich bin voll damage ein damage dealer der fast keinen schaden macht ja du machst genug schaden aber gar keine und mit viermal angebenden 6 bis er tot und daran dass ich nicht gesehen habe dass ich nur acht tränkarte von Anfang an ich sollte mich vielleicht ein bisschen besser und sollte längere aufnahmen machen dass man das im Spielflow drin das kommt dann ab ab übernächerem Tag das war ich der Tierleiter noch anders kann er muss arbeiten an mir liegt wie gewisse andere Letztplayer große Letztplayer die ganze Zeit behaupten Willkommen Willkommen ein edler Krieger wie du so weit ich bin sicher dass ich genau das habe ich weiß wirklich nicht du so musst Alter ich bin voll verwirrt ich habe gerade Todesbüte Samen verkauft keine Ahnung was ich behalten wollte oder was ich verkaufen wollte alles richtig schlechte Waffen und die wir so in Ägypten nicht mehr angucken würden ja eine Waffe mit 27 Schaden die ist voll gut auf jeden Fall nein ernsthaft wenn das ein Schwert wäre wäre das übertrieben gut noch das ist ein Speer ja dann ist es scheiße siehst du das wäre nicht übertrieben gut das wäre auf jeden Fall noch annehmbar im 27er schwer ich sollte echt nicht auf die Wolfis gehen weil sie am Tag sind mit Zufriedenheitsgarantie aber die haben können für dich tanken Lagerplatz für den schwer beladenen Reisenden den Kulieren aufs Maul Gott geht dem mehr nein du bist lieber danke mit 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 so wir sind jetzt Richtung Delphi unterwegs, da braucht man so einen Scheiß Opfergall für das 40-Orakel. Hey, wenn ich die Story ein bisschen zerstöre. Nein, du musst sie genießen, du musst sie genießen, genießt die Story. Na, ein bisschen pissig auf die ganze Story. Du musst die in dich aufnehmen. Ich bin eigentlich nicht pissig auf die Story, die Story ist eigentlich zumindest in Griechenland noch schön. Nicht so wie gibt es noch was, aber meine Maus regt mich gerade auf mein Mikrofon, regt mich auf mein Computer, regt mich nicht auf. Wenigstens ein Problem ist in zwei Tagen geregelt. Heute zwei Tage. Also für euch einen Tag. Ich muss noch aufnehmen, ich muss mich hochladen. Momentan ist es schon weiter. Ja, genau, Zombies. Ich bin übrigens überfordert ohne Wurst. Kann ich verstehen. Ich würde alleine nicht anstrengen. Ist doch besser so. Ja, genau. Hauptsache der Aktivität in die Krankheit. Also wir sind schon fast durch mit Ägypten, also Hälfte haben wir schon auf jeden Fall. Überhälfte. Gut, ich komme damit nicht klar. Ich habe mir jetzt meinen Heilangriff wieder auf die linke Maus auf den Blick. gäh.. Okay. Was ist dabei, wie wir sonst nur geliehen haben? Es gibt eigentlich nicht gebraucht, ne? Hm. Naja, alle Klasse sind gut Ja, außer die Magier-Klasse, die macht eh keinen Schaden und überhaupt keine Rückgang Klar macht die Schaden Wenig Extrem wenig Ja, genau, ein Boss-Gegner! Fick mich doch noch mehr! Ein richtiger Boss-Gegner? Naja, lasse ich halt Das ist ein Boss-Gegner! Im letzten Gebiet war es in Immortal-Franter-Franter-Sylkoske, es sind ja todesviele Quests für sich hier gerade! Okay, ich kann mich nicht heilen, danke, ich bin schon wieder tot! Diesen Part kann ich das Leben und Sterben des Le Fischi nennen! Das ist Le Fischi! Der Le Fischi! Hast du einen weiblichen Charakter gemacht, der Le Fischi heißt? Ja, Le Fischi heißt ja mein Online-Charakter! Tschüss! Was machst du gerade in Titan Quest? Was machst du gerade in Titan Quest? Oder anfangen wollte, aber nicht weiter genug! Nein! Ja? Wenn ich nur den Fröste blieb! Pulle! Ich habe 700 Leben! Mit Eichenherz! Ich habe 10 Level später auch nur etwa doppelt! So viel, eineinhalb mal so viel! Ich habe wie viel Rüstung? 10? 134 Gesamtrüstung! Ey, das geht doch voll! Du hast auch nur Multiplayer 70 mehr! Ich habe einfach keine guten Angriffen! Ich habe einfach keine guten Angriffen! Das ist ein Leck, das Spiel so sehr, dass ich überhaupt nicht nenne, was ich mache! Und ich habe sowieso nicht nenne, was ich mache, weil ich einfach verpeilt bin jetzt gerade! Hier, dann musst du jetzt einfach Bogen nehmen, auf die Gegner schießen und dann wird es ihm schwer töten! Ich bin nicht aufnahmischig, Freddy! Da bist du! Nein, ich kriege gerade nicht mal hin, drei Tasten zu drücken! Ich kriege momentan meine Finger nicht so sortiert, dass ich mich heilen kann und gleichzeitig angreife! Ich muss immer erst gucken, wo die Eins ist! Lass den Finger doch einfach auf der Eins! Mach ich ja! Und dann rutsch ich irgendwie links rüber! Auf Schöpfleflex! Schöpfleflex! Schöpfleflex, sorry! Die ganze Zeit, wo meine Eins ist! Dann vergesst ich, dass ich auf rechter Maustür mein Heel angefangen habe! Also mein Heel! Okay! Und... Ach! Geht doch! Das scheiß Heldenmonster ist tot! Boah! Ich bin nicht aufnahmischig, sorry! Ich weiß noch nicht, wie ich den Partner nenne, fähre ich Nenni nicht auf... äh nicht... Merkst du, was ich meine? Ähm... Hast du's mit An- und Ausschalten versucht? Ja! Ist das Kabel richtig im Kopf? Ja! Ich bin einfach nur komplett übermüdet! Ich geh gleich pennen! Dein Ernst? Das ist grad mal... Ich weiß! 33 Uhr! Ich weiß! Hey, unsere Tür! Ich bin tot! Hört man eigentlich das Klicken von meiner Maust? Was? Interess nicht! Ich hoffe, man hört es so auch nicht, weil das wäre... Ach! Ja! Wollte versorgen! Ich drückte Maustür! Was ist auch meine rechte Maustür? Was ist auch meine rechte Maustür? Hier? Ja! Weil man mit dem Heel immer noch so näher auf sich selbst klicken muss! Oder auf das Bild! Ja! Aber bis ich da oben bin, ist meine Maustür einmal hängen geblieben! Achso! Ja! Weil man mit dem Heel immer noch so näher auf sich selbst klicken muss! Und jetzt sind Symmen! Mhm! Die waren ja auch so einfach! Chainsaw 4 ist übrigens mein Angebot! 4? Ja! 14! Holst du's dir? Oder hast du's schon? Habe ich schon lange! Seit dem Winterstech ist er schon durchgesuchtet! Hä? War das das, was du mit Türchen des Platers oder was anderes? Ne, das war Teil 3! Ich hasse es, wenn zwei Magier sich gegen Überstehen und sich gegenseitig feilen! Schüler vergessen, dass meine Reuche auf einer anderen Taste ist! Tch! Wieso haben die nicht Lego Star Wars Industries hergepackt? Der hat mir's gekauft! Was kostet Lego Star Wars? Funny! Funny's on the paper, bitch! Ja, aber... Führerschein kostet Paper! Ja, viel zu viel! Also wir haben noch nichts unnütz bezahlt! Wie? Was sollen wir denn unnütz bezahlen? 2. 2. 3. 4. 4. Da kenn ich einen, ja! Kann man nicht nur wie 3x Prüfe machen und dann muss man alles neu machen oder so? Nein! War das nicht so? Nein, 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 nein! Ich habe einen Kumpel, der ist durch die erste Prüfung mit fast 60 Punkten gefallen. Was? Ich habe ihn auch gefragt, wie er das gemacht hat. Er meinte... Vorfahrtsfragen sind nicht so meins! Ich guck ihn an, also hast du alle fünf Fehler... alle fünf Fehleraufgaben falsch gemacht! Ja! Ja! Weiß bei Ihnen, würde ich sagen... Ja! Vorfahrtsfragen sind nicht so meins! Vorfahrtsfragen sind 90% der Prüfung! Sind sie nicht! Also wichtig! Ich hätte eine OP-Klasse in den Rücken! Ja, es gibt aber doch nur so zwei oder drei Vorfahrtsfragen! Nein! Es gibt... Allein in dem Hauptbogen... fünf... von... 20! Nein! Doch! Vorfahrtsfragen sind viel zu leicht! Was? Das sind doch die mit den Bildern, ne? Ja! Ja, das ist eigentlich... Das sind fünf Fehlerpunkte-Fragen! Ja, ich weiß, aber dafür gibt es doch nicht fünf Stück! Doch! Im normalen Bogen gibt es ja schon meistens vier... äh, drei von! Also in den Bögen, die wir in den Fahrstufen gemacht haben... Im Zusatzbogen sind keine gekommen! Im Zusatzbogen kommen keine, äh... Vorfahrtsfragen, da kommen nur... autotechnische Sachen, keine Vorfahrtsfragen mehr! Da kommen vielleicht noch andere Fünferfragen, aber halt keine Vorfahrtsfragen! Es gibt nur Vorfahrtsfragen, die Fünfer sind! Nein, es gibt ja noch andere, glaube ich! Nenn mir einen! Ich glaube, irgendwas mit Sicherheit! Aber egal, wir schweifen schon wieder zu viel ab! Ja! Ähm... Ne, ich habe gerade keine Story! Ich konnte niemandem labern, keine Quest machen! Ja, okay dann, ähm... Was machst du denn gerade? Ich bin in einer Höhle und töte Dämonen! Okay, hast du schon Dämonenblut? Nein, glaub nicht! Hast du ein Artefakt? Nein, glaub nicht! Wie schlecht du bist! Lash bitte deinen Kanal sofort! Danke! Okay Leute, das war's an dieser Stelle mit meinem Kanal! Äh, wenn er euch gefallen hat, äh... Abonniert mich mal! Und... Äh, tschüss! Ciao! So, was mach ich jetzt? Äh... Minecraft spielen! Die haben schon wieder ein neues Haus gebaut, ey! Was ist das für Missgebote? Äh, OnePire und so! Und deren Verzauberstisch steht nicht mehr mitten in der Stadt drin! Wo steht denn der? Also... Ich mein, dieses ganze mit den Büchern! Den Tisch hast du ja, ne? Welchen Tisch? Ich glaub, die haben jetzt in das neue Haus gestellt! Aber es sieht auch irgendwie voll scheiße aus! Die meisten Leute sind so dunkel! Das sind so zwei mit etwas hellerem Holz! Lebenskraftfresser machen die übrigens übertrieben kalt! Nimmst du euch noch auf? Na! So gesagt, ich beende mich dann auf! Achso! Achso, danke! Und ja, ich nehm noch auf... Also du sagst... Äh, dein Part ist vorbei! Sag das doch mal! Tschau! Hab ich doch grad gesagt, willst du nicht fassen?! Oh! Und damit herzlich willkommen zurück zu... Let's play... Äh... Titan Quest? Titan Quest? Singleplayer! Singleplay... Danse, tschüss! Danke! Und wir gehen jetzt mal... Ganz kurz... Das dahin... Das... Dahin? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal so rum ausprobiert hätte... Aber in... Boah... Die wurden gerade wegen dem Feuer weggekommen, oder? Ja, stimmt! Hier habe ich ja den rechten Maustuch zur Angriff der Energie zu... Danke! Was ein bisschen nervig ist eventuell... Kann ich hier was anderes nehmen? Doch, eigentlich mein Anderer... So... Ach... Ich geh nur wieder da hin... So gesperrt... Hier ist das Löffel... Okay... Boah, ich bin doch fast gestorben! Auf was war Heiltank noch? Auf H? Mh... Ich glaube auf W... Ne, auf W Waffenwechsel... Dann Q oder E? Nein, Q ist Quest... E ist Energie... Keine Ahnung... Q, R... Irgendwie in dem Bereich... Ich weiß nicht mehr genau... Es kann auch ASD... Oder... Irgendwie da... Ich schätze euch... Deswegen lege ich vielleicht mal die ganzen anderen Sachen um... Dann braucht man das ja eigentlich nicht noch, ne? Dann kommt da... Nein, Eichenherz kommt da nicht drauf... Dann kommt nach der ersten... Sperrattacke... Auf den zweiten... Kommt die Seuche... Ne, die Seuche brauche ich eigentlich gar nicht... Der Wildnis... Dann kommt Eichenherz... Ne... Eichenherz... Der Wildnis... Der Wildnis... Darauf kommt dann... Einzelgrader, ein... Lebensbilder... So, das heißt, ich spiele 1,2,3,4 RT... 1,2,3,4 RT... 1,2,3,4 RT... 1,2,3,4 RT... 1,2,3,4 RT... Boah meine Finger... Boah meine Finger... Alter... Was? Groß... Groß... Jolo... Gut, ähm... Wir widmen uns heute immer wieder der Storys... Sorry, das ist letzte Woche schon wieder nicht kann. Prozent tut tut mir leid ah nein meine Maus hängt aus diesem Sinn gerade die Legospiele angeboten jedes ein Fünfer Lego Marvel Super Heroes, Lego The Lord of the Rings, Lego Batman 2, Lego Batman und Harry Potter 1 bis 4 und 5 bis 7 du weißt aber nicht zufällig ob Lego Racer auf dem Angebot ist das ist hier gar nicht dabei ich glaube nicht Gibt's erstes hier aus dem zweiten sollten das nicht lieber deinem Spiel widmen ja sollten wir denn ich bin gestorben und war bei der Arachno-Fachno-Schlampe ähm die da oben auf dem hellen auf dem Berg sitzt wo bist du eigentlich wo bist du eigentlich Olivenheim ich hab keine Ahnung wie du dich hörst also ich hör dich Scheiße sorry aber ich werd jetzt wieder umgelassen ähm so darauf schubt der Atacke und darauf kommt dann der Wildnis ich komm so besser klar muss ich halt einfach nur auf 4 rüber ich hab übrigens nur noch 8 Heiltränke ja YOLO ja YOLO sehr gute Idee so einfach reinklugaschen das ist übrigens ja super ähm wir holen die Schiene jetzt aufs Maul du hast ein sehr guter Spielpunkt Leuchtbarlier würde ich sagen also fast also fast weh genug aber nicht mehr lange also ja 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 ich hoffe die Spinnenkönigin der Toten ähm weil ich helbiges versuchen zu spielen das überhaupt nicht klappt aaah fuck it läuft doch Gott sei Dank klappt das überhaupt nicht diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden alter ich hab sau wenig äh Leben hier noch weniger als ein Together noch weniger was noch weniger noch weniger wenn ich mal helfe das zweite Mal an einem Gegner an dem du gestorben bist einmal weil du mich nicht geheilt hast ja genau weil ich dich nicht geheilt habe hey ich bin tot heil mich doch mal sag doch mal was ich kämpf gerade ich muss aber sagen ich muss aber sagen in einer halben Minute ist ein neues Humble drin hm hast du eigentlich einen Timer für mich gestartet? nein danke ich starte für mich Timer es waren jetzt ca 5 Minuten ich mach 15 in der Timer jetzt noch an ich hab da diese kleinen Spinnen rum rum ey ich bin schon wieder tot ne es gibt keine Spinnen hast du es mit einem ausschalten versucht? hm hm